Willkommen zurück zu... Arma 3 Ich glaub der Typ ist tot Hallo, sag mal was Okay, ein weiterer Typ tot, ey geil, snipen geht sogar wirklich eigentlich gut Engaging target Wo bist du, Sniper? Und jetzt will ich ihn so treffen, ist ja so genial, Alter Fine work, Alpha, entrench your position for now Delta, Sitrep, over Bad news, Sir, we got nothing here No way to establish a link to Medcom, all the equipment's fried At least we can rig it to blow, we're taking the charges now All squads, gate clear Wait, what? You can't just blow it up, what the fuck was all this for then? Stand down, Bravo, that's an order, if we can't hold it, we raise it Proceed Delta, burn it down The rest of you fall back to Maxwell Falcon, out Timer set, 60 seconds for detonation Das will ich sehen Was? Wir sind noch Gegner? 60 Sekunden, das heißt... Das sind vielleicht nur 40? Ich will aber sehen, was der gegen die Luft fliegt, ja? Sieht irgendwie aus wie so ein fetter Fußball Ich weiß, es ist kein fetter Fußball, aber sieht so aus Äh, das ist links und nicht rechts Oh, der Hase ist süß Okay, das hab ich jetzt nicht ganz gesehen, aber ich glaub, das war sowieso nicht so epic Noch ein Hase, oooh Ähm, mein Bildschirm hängt, ah ok, gut Ah, ich wollte noch erwähnen, die, die nicht da sind, sorry, dass letzte Woche keine Videos kamen, also weniger als sonst Normalerweise versuch ich in der Woche schon mehr als überhaupt keine Videos hochladen Das lag daran, ich war in Berlin und in Berlin kann ich leider keine Videos hochladen Ja, ist halt so Und ich würde noch sagen, wenn Mad Max, also es gibt ja einen Film, Mad Max Also und dazu auch gibt's ein Spiel Und wenn das auch für PC rauskommt, dann hol ich's mir Hehehe, ich konnte gar die Sache von dem durchgucken Hallo, ich soll doch Meldungen machen, hier bin ich Nein, ich bin noch nicht bereit Ich muss mir noch, äh, Muni holen wieder Warte, die Muni gab's ja hier hinten, oder? Schon lang nicht mehr gespielt Ja, ja, wo gab's die Muni Das sind Granaten Es gibt noch was leer Fünf volle, zehn volle. Okay, jetzt mal gucken. Gibt's hier die Muni? Nein, da weiß ich nicht die Muni. Oh, noch mehr Granaten. Äh. Ah, hier. Okay. Da soll er erzählen, glaube ich, wie eine Frau. Ich glaube, in der Realität ist das schon ähnlich. Also, klar, so fünf, sechs Leute schafft es nicht, eine Basis zu überrennen. Aber ich meine halt, Meldung machen und so Zeug. Aber ich bin nicht, ich bin kein Soldat, daher. Ja. 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 jetzt das Menü auf größer macht. Okay, das sieht widerlich aus. Aber wenn... Okay, nein. Die Schrift ist nicht größer. Schade. Ich wollte halt gucken, ob die Schrift größer ist, weil ihr dann besser lesen könnt. Hopp. Okay, du bleibst hängen. Spiel. Okay. Ich hab doch schon Waffen. Und zwar gute. Hallo. Kann ich da Muni reinmachen? In den Kampfanzug. Okay. Und ich meinte nicht den Kampfanzug, sondern den Taucherzug. Aber... Irgendwie logisch, dass man da keine Waffen reinmachen kann. Mensch, ich bin realistisch. Ich krieg keinen Schaden, wenn ich auf Stacheldraht laufe. Loh, der Züblings ist ja mega. Das ist wohl nicht der Dauertaucher. Der bleibt die ganze Zeit unter Wasser. Loh, der Züblings ist ja mega. Ja. 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 Ist auch eine Taucher exactly da hin? Ja. Man sieht vorne, das Ablenkungsmittel war keine Ahnung. Ich bin kein Militärmann. Ich kann so Karten nicht blicken. warte nice das multiplayer gibt sowas nicht ist die Kamera sehr verkackt Lieutenant, kann ich eine Frage stellen? Gehen Sie, Cari Warum sind wir sogar auf dieser Mission? Warum haben sie es einfach an euch? Sie haben ihre eigene Anwendung Es ist wichtiger als das Es ist wichtig zu wissen, Corporal wenn Sie wissen, was ich meine Okay, noch einmal Wir werden in der Bay und gehen nach einem vantage point über die Village Sinken mit Bravo wir werden zusammen und neutralisieren die Anwendungen Die Anwendungen Wow, das ist ein knappes Dach Oh, so ist es rausgucken, besser Okay, Ende der Linie Warte mal tauchen Wie zum Fick ist tauchen? Okay Okay, tauchen ist jetzt nicht so gut gemacht Oh mein Gott, Minen Die Minen sollte ich definitiv nicht berühren Ok, wir werden auf den Barsch werden immer noch möglich Tjaak, die noch die Rhyfe 4 Ch Rita 4 Fick Fire Fire at will Personals Mann Schme, die Magen 75 Meter Front Warten Target Dixon Engage, die Magen Buck das Barsch King Arm Ich brauche die Schmerzen. 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 Das ist Swordfish. Ich bin der Schmerzen. Wir haben den Schmerzen. Wir haben die Schmerzen. Aber ich glaube, dass sie eine Warnung ausgerufen haben. Wir gehen jetzt in die Position. Over. Copy das, Swordfish. Move, schnell. Der Schmerzen wird wahrscheinlich auf den Schmerzen. Okay. Wir sind schnell und ruhig. Hold fire until we're ready to strike. Bravo. Report in. Over. Falcon. This is Bravo. We're in position. Awaiting your signal. Over. Solid copy, Bravo. Swordfish. Looks like we're just waiting on you. Get moving. Over. We'll go, Sir. We're on route. Swordfish out. Ich kann also nicht rennen gerade. Warum, weiß ich auch nicht. Also eventuell weil wir schleichen sollen. Und dann wäre es bescheuert, während man schleichend rennt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal dreht man dann diese Kirche hier. Tschüss. So.